Herzlich Willkommen zu unserem letzten Video, in dem es um die Wolfs- und Giraffensprache geht. Marshal Rosenberg, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, hat seine Ideen für ein wertschätzendes Miteinander gerne anhand von zwei Handspuppen verdeutlicht, einer Giraffe und einem Wolf. Die Giraffensprache steht für die Sprache der gewaltfreien Kommunikation, eine Kommunikation, die uns dazu bringt, von Herzen zu geben. Rosenberg hat die Giraffe sehr passend gewählt, denn sie hat das größte Herz aller Landtiere. Der Wolf fletscht gerne die Zähne, spricht bewertend und greift an. Die Giraffe hat dank ihres langen Halses stets den Überblick und ist eine gute Beobachterin. Der Wolf eher nicht. Die Giraffe horcht in ihr Herz hinein, nimmt ihre eigenen Gefühle wahr und spricht ihre Bedürfnisse aus. Der Wolf hingegen analysiert und kritisiert. Die Giraffe bittet. Der Wolf fordert und droht mit Strafe. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Wolfssprache trennt, die Giraffensprache vereint. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.